Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns wieder dem Deep Learning Studio widmen und unserem Kaktusprojekt. Ein Projekt, das zusammen mit der Fresenius Hochschule entstanden ist und bei dem wir die Bioinformatik ein bisschen hervorheben. Wir werden uns natürlich auch noch andere Projekte angucken. Aber ja, dieses Projekt ist ein schönes Einsteigerprojekt, wie ich finde, weil Bilderkennung sich für Einsteiger einfach super gut eignet. Und wir versuchen hier Bilder zu klassifizieren, ob da ein Kaktus draufsteht oder nicht. Das Ganze sind Luftbilder mit 32 auf 32 Pixeln und ich muss sagen, ich hätte da keine 70% Genauigkeit. Aber genau das ist das, was wir letztes Mal geschafft haben, wenn wir uns den Run 2 von letztem Mal angucken. Hier sehen wir, dass wir 70% Genauigkeit geschafft haben, sogar bei den Validierungsdaten. Allerdings geht das hoffentlich noch ein bisschen besser, denn wir haben letztes Mal nur Flatten, Dance Layers, die haben wir schon davor benutzt, und Convolutional Layers benutzt und daraus eine Kombination gemacht. Ich hoffe, ihr habt seit letztem Mal ein kleines bisschen mit den Layern rumprobiert und eine bessere Kombination herausgefunden, als das, was ich hier habe. Und ja, ich weiß, es ist warm momentan. Und ja, ich weiß, Training eines neuronalen Netzes ist bei Hitze nicht ganz so geil, weil der PC ein bisschen heizt, aber ich glaube, das ist es wert. Wir wollen heute aber auf jeden Fall mal uns noch mit weiteren Layern beschäftigen. Und zwar erstmal mit Pooling Layers und dann mit den Dropout Layers, die wir hier unter den Core Layers finden sogar. Okay, zunächst einmal Dropout Layers. Naja, was machen Dropout Layers? Die sind wirklich mehr als simpel. Wir hängen hier einfach mal ganz kurz zum Beispiel ein Dropout Layer zwischen Flatten und Dance rein. So, also hier einmal Dropout und wieder zurück. Ich hänge die neuen Layer übrigens absichtlich immer hier rüber, damit wir sehen, was wir dieses Video gemacht haben und ordne sie dann im nächsten Video hier drüben ein, damit wir auch hier sehen können, was wir da so gemacht haben bzw. was wir eben noch Neues machen. So, Dropout. Jetzt, was bedeutet Dropout? Nun, das ist im Endeffekt einfach die Anzahl an Neuronen, die zufällig auf Null gesetzt werden. Also wirklich einfach von diesen 2400 Neuronen, die wir hier haben, werden einfach so und so viele Prozent auf Null gesetzt. Und das ist schon echt brutal. Wir sehen übrigens auch, wenn wir hier draufklicken bei Fraction to Drop, dass wir zwischen Null und Eins angeben müssen. Das heißt, ihr müsst nicht irgendwie sagen 50% oder so bzw. das Prozent weglassen, sondern wenn ihr 50% sagt, dann sagt ihr im Endeffekt 0,5. Okay? Und das ist schon sehr, sehr hoch. Also so hoch wollen wir dann doch nicht gehen. Das 0,2 hier bedeutet jetzt 20% der Neuronen werden einfach komplett auf Schwarz gesetzt. Also quasi auf Aus. Einfach nicht feuern, obwohl sie eigentlich feuern sollten oder auch nicht feuern sollten. Völlig egal. 20% der Neuronen, also jedes fünfte Neuron von diesen 2400 Neuronen, wird einfach auf nichts gesetzt. Warum sollte das irgendwie sinnvoll sein? Nun, der Witz dabei liegt in den Trainingsdaten. Die Trainingsdaten sind, hier unter Data finden wir das, ja, ja, ich weiß. Die Trainingsdaten finden wir hier drin. Und wir haben 17.500 Bilder und 80% davon benutzen wir aktuell zum Trainieren. Wir können das noch, wir werden darüber noch ein bisschen genauer reden, aber 80% der Trainingsdaten benutzen wir zum Trainieren. Und diese Bilder sehen wir dann so häufig, wie wir Epochen eingestellt haben. Also in unserem aktuellen Fall 10 Mal. Das heißt, wir benutzen dasselbe Bild 10 Mal zum Trainieren, weil wir einfach nicht unendlich viele Bilder haben, was wir natürlich gerne hätten, aber wir haben es nicht. Und ja, wir sehen diese Bilder immer und immer wieder. Aber das Problem ist natürlich, dass echte Daten anders aussehen als diese 17.500 Bilder. Sprich, wir überprüfen das mit den Validierungsdaten. Auf denen trainieren wir nie. Das sind 3.500 Bilder. Und das ist schon echt nicht schlecht, sage ich jetzt mal. Aber wir wollen eigentlich auf, also auf den Trainingsdaten trainieren wir ja natürlich nur. Und wir wollen jetzt so gut wie möglich generalisieren, nennt sich das Ganze. Das heißt, wir wollen so gut wie möglich auf ein normales Bild, das wir noch nie gesehen haben, Rückschlüsse ziehen können. Und deswegen zwingen wir dadurch unser Netz noch ein kleines bisschen mehr Zufall und einfach Nichtwissen mit reinzubringen. Das heißt, wir sagen dem Netz, du bist extra nicht so gut, damit du nachher vielleicht ein bisschen besser bist. Das hört sich total bescheuert an, aber wenn ihr das mal mit echten Aufgaben im echten Leben vergleicht, die ihr ausführt, wenn ihr zum Beispiel, nehmen wir einfach mal das, was vor mir steht, ein Bildschirm seht, dann könnt ihr diesen Bildschirm als Bildschirm identifizieren, ohne jetzt schon einen Haufen, Haufen Bildschirme gesehen zu haben. Und das liegt einfach daran, dass euer Gehirn tatsächlich einen großen Teil fallen lässt von Informationen. Im Endeffekt ist ein Bildschirm für euch nur noch das, was wirklich Bildschirm ist und nicht das komplette Bild. Weil in meinem kompletten Sichtfeld sehe ich natürlich auch noch zum Beispiel den Fuß von dem Bildschirm. Ich sehe meine Tastatur ganz leicht unten und so weiter und so fort. Und deswegen, wenn ich hier vielleicht ein bisschen was einfach fallen lasse an Informationen, dann kann ich hoffentlich besser generalisieren, was eigentlich ein Bildschirm ist. Das hört sich ein bisschen komisch an. Es funktioniert auf jeden Fall in der Praxis ziemlich gut. Und ja, dieses Dropout Layer passt sich auch automatisch an, was hier die Eingabe und Ausgabe angeht. Das heißt, wir sehen hier auch wieder, wir haben Ausgabe von 2400. Und genau. Wir wollen allerdings noch ein bisschen mehr Dropout haben. Und das macht man tatsächlich in heftigen convolutional Netzen. Also wenn ihr wirklich viel Dropout haben wollt, also gut generalisieren wollt, dann braucht ihr auch allerdings relativ viele Trainingsdaten. dann baut man das fast nach jeder Schicht ein, also nach jeder convolutional Schicht ein Dropout von so circa 10 bis teilweise hoch zu 50 Prozent, was echt viel ist. Wir wollen jetzt hier allerdings mal nicht ganz so krass sein, sondern hier einfach sagen, okay, wir nehmen das so und wir haben hier 20 Prozent, die wir droppen. Und ja, wobei, halt mal, stopp, das wollen wir hier nicht haben. Das macht da nicht wirklich Sinn. Denn Flatten macht ja eigentlich keine, keine neuronalen irgendwas, sondern Flatten ist einfach nur wirklich, ich nehme alle Neuronen, die wir so haben. Wir hängen das hier mal an, nach dem ersten Convolutional Layer. Und sagen aber nur 10 Prozent wollen wir verlieren. Und ja, das sieht ein bisschen doof aus, ne? So, so ist besser. Okay, wir wollen hier nur 10 Prozent verlieren und da unten wollen wir nochmal 20 Prozent verlieren. Dann kann unser Dance Layer hier nochmal ein bisschen was arbeiten. So, cool. Jetzt ist natürlich die Sache, wir haben noch ein bisschen mehr als nur Dropout, was wir heute besprechen wollen, und zwar Pooling Layer. Pooling Layer sind auch ganz besonders wichtig bei Bilderkennung, denn sie verkleinern euer Bild extremst. Weil sie im Endeffekt eigentlich nichts wirklich Spezielles mit neuronalen Netzen oder sowas machen, sondern sie poolen eure Schicht. Pooling bedeutet, nehmen wir einfach mal an, ihr habt Zahlen, also ihr habt ein Bild, das aus 2x2 Pixeln besteht, also 4 Pixel, ja? Das heißt, was ihr habt, ist zum Beispiel 1, 2 und dann nächste Zeile 3, 4. 4 Pixel, 2 auf 2 Pixel im Endeffekt. Und die werden jetzt gepoolt. So, und da gibt es mehrere Arten von Pooling. Wir haben jetzt hier ein Max Pooling reingezogen. Das ist auch das Einzige, was uns angezeigt wird. Aktuell, wenn ihr hier oben auf Advanced Layers geht, dann habt ihr noch deutlich mehr zur Auswahl, aber das brauchen wir wirklich aktuell nicht. Normalerweise nimmt man immer ein Max Pooling. Und ja, was wir hier machen ist, wir poolen diese 2x2 Pixel. Das heißt, wir sagen, also zum Beispiel 2x2, wir können hier einstellen, wie groß es ist, aber Standard ist 2x2 und das würde ich euch auch empfehlen, so zu lassen. Und das bedeutet, wir nehmen einfach nur das Maximum aus diesen 2x2 Pixeln. Also sagen wir mal 1, 2, 3, 4 sind unsere Pixel. Völlig egal, was da jetzt tatsächlich drin steht. Dann steht am Ende nur noch ein Pixel da, das 4 enthält. Also aus 4 Pixeln mach 1 und nimm nur den maximalen Wert. So, und ja, dann gehen wir einfach wieder 1 nach rechts. Also quasi die nächsten 2x2 Pixel. Und dort wird dann auch wieder das Maximum rausgenommen. Achtung, hier wird nicht überschnitten. Das heißt, wir sagen hier nicht, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und nehmen dann 3 Pixel aus denen, also hier 2, dann in der Mitte 2 und dann rechts nochmal 2. Sondern wir sagen wirklich nur, wir haben 2x2 Pixel. Aus denen nehmen wir das Maximum und dann nehmen wir die rechts davon, 2x2 Pixel. Das heißt, aus 8 Pixeln, naja, mach auch wirklich nur 2 Pixel, also nicht mehr. Und ja, im Endeffekt macht das das Max Pooling. Also wieder nichts mit neuronalen Netzen, sondern einfach nur irgendwas, was man halt einfach so zusätzlich anhängt. Und das macht man tatsächlich im aller normalsten Fall hinter jedem einzelnen Convolution Layer. Und wir sehen hier auch, hier gehen unsere Bildpixel natürlich rapide runter. Denn wir, naja, wir halbieren im Endeffekt Breite und Höhe. Das ist ja der Sinn vom Max Pooling. Und dann sehen wir hier auch, okay, wir haben hier nur noch 5x10x10 Pixel. Und jetzt sehen wir auch, warum man eigentlich hier mit den Schichten hochgeht. Das heißt, hier mit den 5, ich will nicht das Max Pooling, ich will das da. Hier mit den 5x10x10, das ist schon relativ, also 5 ist schon relativ wenig eigentlich. Hier auch 4 zu nehmen ist relativ wenig. Im Normalfall geht man von 3 tatsächlich auf 6 hoch. Und von 6 würde man hier sogar auf 9 hochgehen. Und von 9 würde man hier bei den Convolutional Schichten auf 12 hochgehen. Das liegt einfach daran, dass wir hier wirklich so viele Werte rausschmeißen. Und bei 32x32 Bildern ist es schon schwierig, hier überhaupt noch so ein Layer reinzubringen. Aber gut, wir führen das weiter. Wir hängen auch hier noch ein Max Pooling rein zwischen diese beiden Schichten. Also hier einmal Max Pooling und Max Pooling. Und dann sehen wir hier, okay, danach haben wir noch 12x1x1. Das heißt, die Schicht können wir uns eigentlich echt sparen. Weil, ja, da passiert im Endeffekt nichts mehr. Weil 12x1x1, das ist halt quasi nichts. Da gehen wir lieber direkt aufs Flatten. Und dann haben wir hier noch den Dropout und können das hier noch einstellen. 225 Flattenpixel, naja gut, gucken wir mal. Da gehen wir vielleicht auf 128 runter. So, also wie gesagt, bei den Flattendingern, das habe ich letztes Video schon gesagt, solltet ihr euch irgendwo zwischen dieser Ausgabe, beziehungsweise diese Ausgabe hier bewegen und diese Ausgabe hier. Das heißt, zwischen 225 und zwischen 2. 128 sind Zweierpotenz, ich mag Zweierpotenz, also gehen wir da hin. Gut, ja, und das sind jetzt tatsächlich die neuen Layer. Also hier einmal Dropout, hier einmal Dropout und Max Pooling, um diese Pixel hier zu reduzieren, die wir hier haben. Gut, gucken wir uns mal an, wie das eigentlich funktioniert oder wie das im Training abschneidet. Okay, dann bis gleich. Okay, so, haben wir wieder geschafft. Ja, wir sehen, dieses Mal ist die Trainingskurve ein kleines bisschen anders verlaufen. Und das liegt tatsächlich am Dropout. Wir sehen aber auch hier, dass die Genauigkeit, die wir auf den Validationsdaten haben, deutlich besser ist, als die, die wir auf den Trainingsdaten haben. Und das ist ein gutes Zeichen. So, jetzt sehen wir allerdings auch, na, wir sind bei 60%. Das können wir doch gleich lassen. Letztes Mal waren wir besser. Lass uns das vom letzten Mal nehmen. Nicht so schnell. Wir müssen das Training keine 10 Epochen lang trainieren lassen. Wir können auch einfach vorher abbrechen. Und das heißt, was wir jetzt heute tatsächlich wichtiges lernen, ist, wir sollten eigentlich mal ganz kurz gucken, wie eigentlich in jeder Epoche die Validierungsdaten abgeschnitten haben. Und das gucken wir, indem wir einfach drüber fahren. 61,56%. Ja gut, das ist das, was wir am Ende hier stehen haben. Okay. Hier genau gleich. Hat offensichtlich nichts mehr gelernt. Hier auch. Hm, schade. Hier auch. Okay. Hier auch. Und hier. Oh, das war offensichtlich sehr, sehr schlecht. 25%, da ist das Netz echt mal in die falsche Richtung gerannt. Offensichtlich. Also, ganz kurz. Hier wurde auch tatsächlich offensichtlich gelernt. Also, hier wurde was gelernt, was offensichtlich falsch war. Was wirklich am Dropout liegen kann. Das ist ein bisschen Glückssache. Und da muss man auch tatsächlich einfach mal gucken. So. Hier sehen wir aber, wir waren bei 68%. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt. Und hier waren wir sogar noch ein bisschen höher. Bei fast 75% Genauigkeit. Und das ist schon gar nicht mal so schlecht. Wenn wir uns mal nochmal die Eingabedaten angucken. Jedes vierte Bild wurde falsch klassifiziert. Das heißt, das Bild hat er richtig erkannt. Also, jetzt einfach mal so genannt. Das Bild hat er erkannt, ob das da ein Kaktus draufsteht. Hier hat er erkannt, dass hier ein Kaktus draufsteht. Hier hat er erkannt, dass hier ein Kaktus draufsteht. Und hier hat er gesagt, nö, hier steht kein Kaktus drauf. Also, zum Vergleich. Ich hätte wahrscheinlich bei jedem dieser Bilder geraten. Das heißt, ich bin schon ganz stolz auf mein Netz, muss ich sagen. Und wenn man hier das Ganze jetzt abbricht. Einfach nach der 1, 2, 3. Epoche abbricht. Dann hat man tatsächlich diese Daten. Und das ist gar nicht mal so übel. Das heißt, wenn wir jetzt hier mal den Run vergleichen mit unserem zweitbesten Run. Das ist der von letztem Mal. Sehen wir, dass wir bis hier eigentlich noch besser waren. Also, dieser Run hier. Da waren wir noch ca. 4% besser als das, was davor passiert ist. Beziehungsweise auch hier mit den Validierungsdaten nach der 3. Epoche. Waren wir besser als das, was unser Run davor hatte. Und der ist einfach konstant bei diesen 70% gewesen. Eigentlich eine ganz gute Sache, die wir hier erreicht haben, möchte ich mal behaupten. Und ja, das ist tatsächlich auch schon fast alles, was wir in diesem Video machen wollen. Ihr könnt tatsächlich auch mal noch selber probieren. Vielleicht nicht alles so zu machen, wie ich das gemacht habe. Sondern schmeißt vielleicht mal ein Pooling-Layer raus. Schmeißt vielleicht noch ein Dropout-Layer raus. Probiert dafür noch hier ein zweites oder drittes Dance-Layer einzubauen. Spielt damit einfach ein bisschen rum. Und da das hier erstmal die wichtigsten Schichten sind, die man für Bilderkennung braucht. Werde ich jetzt hier auch in dieser Reihe sozusagen. Oder in diesem, nein, nicht in der Reihe. Sondern in diesem kleinen Projekt, im Kaktus-Projekt. Werde ich nicht weiter darauf eingehen, wie wir jetzt die anderen Layer hier verwenden können. Denn das machen wir dann, wenn wir uns mit einem anderen Projekt beschäftigen, wo das auch Sinn macht, die zu verwenden. Also ich kann euch schlecht rekurrente Layer zeigen, wenn wir überhaupt nichts haben, was irgendwie rekurrent ist. Das wäre ein bisschen doof. Genau. Und was hier noch alles reinkommt, ist natürlich hier die Aktivierungsfunktion. Darum geht es dann im nächsten Video. Und vielleicht noch ein paar Advanced Options hierbei und so weiter und so fort. All diese Dinge wollen wir uns noch angucken. Alles klar. Bis dahin spielt mit den Werten rum. Spielt mit den Layern rum. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.